Hallo, 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 hallo! Da sind wir auch schon wieder in Minecraft. Mit mir dabei ist der Kobold. Hallo! Und ich bin hier immer noch am Keller zu Ende bauen. Für eine kleine Lagerstätte. Weil ich weiß einfach nicht, wo ich mein ganzes Kram hin tun soll. Da waren wir hier mal. Decker aus. Upsa, drückt der Holz. Ich glaube, wir sind schon an der anderen Hauskante angekommen. Da, da, da. Da, 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 da. Da unten noch lang. Dann ziehen wir hier mal die Wand hoch. Achso, t, b, a, b. Lalalalala. Dann haben wir die Wand hier gezogen. Hey! Dies muss auch noch zu. So, so, so. Ist da Erde drin? Der ist grad gar nicht. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ah, ja, da ist er drin. Hm. Ja. Können wir so lassen. Dann nehmen wir hier noch die Wand raus. Oh. Kaufelschrott. Hm. Hm. Sollte das jetzt sein. Was war das gerade? Da ist doch grad geknallt. Hm. Hm. Was? Hat sie nicht grad geknallt? In unserer Sinne? Nicht, dass ich wüsste, so, ich bin im Keller, ich hab's glaub ich nicht gehört. Ich hab's, ich hab irgendwas genauer gehört, oder? Es ist ein Creeper explodiert. Ja. Genau so hat sich angehört. Nämlich Kripa. Vor allem die Missgeburten, ey. Aber es ist ganz praktisch, dass ich hier nicht richtig explodieren. Ja, kein Weltschaden halt, ne? Das wär echt mies. Ja. So, mein Keller ist soweit fertig. Oh, was sie super reinpassen würde in den Keller als in Spinnweben. Hast du Spinnweben zufällig? Nein, aber ich könnte sie verkaufen. Ich hab noch ganze 371 Punkte. Wow, ich hab noch ganze 30, äh, 30.000 wieder. Was wieder gebootet, oder? Hm. Hm. Sie auch mal wieder machen. Das ist einfach volles Genial an dem Server. Ja, das ist einfach. Aber mir soll es recht sein. Hm. Was wollte ich denn? Ach genau, ich wollte immer von zuhause holen. Oh, oh, oh. Du brauchst echt keine Steinziegel. Nein. Ich weiß nicht, wohin mit dem Scheiß. Ich mach mir keinen ganzen Keller als daraus. Vielleicht später irgendwann aber zur Zeit gerade nicht. Für die Burg wäre das eigentlich voll passend. Ja, schon. Aber meine Burg ist ja soweit fertig. Hups, ja. Das hätte ich nicht machen sollen. Ähm. Lalalalalala. Lass mal mal die Erde kurz hier. Das wertvolle Zirkel mitzunehmen. Nehmen wir das mal, ziehen wir uns das mal an. Sieht doch toll aus. Ja, lassen wir einfach was. Schilder können wir uns auch sofort mitnehmen. Wir brauchen ja keine neuen Marken dann. Packel nehmen wir mit. Hier haben wir nichts mehr drin. Oh nein. Da wollte ich auch mal einen Zaubertusch hinbauen. Und also wieder rum. So, da sind wir wieder. Oh, ich hab ganze 30 Nachrichten jetzt. Einen dazu bekommen. Hm. Steine. Ja, ist toll. Das interessiert mich auch nicht. Also, fangen wir hier an mit dem. Wenn. So, und da. So, und da. So, und da. So, und da. Dann machen wir jetzt. So, die Schilder hin. Was dazwischen ist. Machen wir was. Stein. Na. Rechts. Erde. Na. Oder warte. Nee. Wir machen das doch anders. Wir machen da. Hier komplett Stein. Hier komplett Erde. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Ich hab einfach die ersten Rohstoffe für zwei. Irgendwann. Vorgenschaften. 32 Kohle. 16 Eisenbahn. Äh. Äh. Nee. So hatte ich das nicht. So. So. Dann können wir hier noch. Kacklich hinten setzen. Dazwischen dann ist das ganze. Das ist alles super aus. Dann bauen wir hier mal die ganzen Steine rein. Alles was mit Stein zu tun hat. Muss halt so was schränken. Das dann doch nicht man kann. Meint das dann doch nicht. Home. Home. Das war halt nur ganz normale Stein. Und da in die eine Kiste nur Rohstoffe. Dann ruhig zusammen. So. Die nehm ich auch noch mit. Hier war die ganze Erde drin. Home. Und ich. So. Blub. Blub. Hier kommt die ganze Erde rein. La la la. Und dann wieder. Home. Home. Boah. Ich bin die ganze Zeit jetzt am hin und her spawnen. So. Und Traum. Sieht man so schön viel. Okay. Oh gut. Dass wir das noch alles mitnehmen konnten. Warum ich? Dann sind wir wieder zurück. So. Dann ist Erde rechts. Klopp. Ne. Kein. So. Und. Was machen wir da rein? Links. Tränke. Hier habe ich nämlich grad. In Übermaß dabei. Was das? Lalalala. Haben wir doch nicht in Übermaß dabei. Relativ wenig. So. Aber wir bekommen ja immer Erfahrungsflaschen. Wegen. Da. Na. Machen wir zum Beispiel auch wieder welche. Die da wieder reinpacken. Dann haben wir hier. Deine können wir uns auch gleich rausnehmen. Die Erde. Die Erde. Die Erde kommt hier rein. Die Stein. Haken. Was hat man da rein getan? Oben. Ne. Du kommst hin. schöner server wie kommst du da drauf keine ahnung einfach so ganz einfach ich rede die ganze zeit und du wirst einfach in den raum ich kann es halt ne ne scheiße und ich gleich mal die kugel geben ja ich hab noch eine ich jetzt ja klar liegt herum ich sollte umgehend ein dies und das vorbauen ich klatsche erst mal alles rein sonst ist nämlich das ganze zeug gleich weg das hier da und das wollen wir ja nicht so wieder raum ich ende mal kurz die musik hier oh das ist schön die scheren haben wir jetzt hier drin hier tun wir wieder den ganzen tränke rein äpfel können wir eigentlich auch mit reinwerfen also erde rechts tränke jetzt zum beispiel auch realistischerweise schafe auch fleisch turpen realistischerweise ist auch neu ähm turpen jetzt ähm schafe fleisch ernsthaft ja auch hier äh so zu auch er so schaft kräume ist schaft fleisch in mir so was cool das war nie auf es ist so ja ja ich glaube es n wo 4 da werfen alles mögliche 1 was nicht mehr brauchen zum beispiel die die Federn das das, 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 wieso die sich das decken, weiß ich nicht, weil die irgendwie, einer hat so komischen Namen. Er sagt Quarz, da kann ich Pfeile rein und da wirst du da rein. Das, das. Aber rotteres Fleisch kann man hinterher noch mal gebrauchen. Alter! Was war denn das für ein Geräusch? Ja, ne? Bei dir auch? Was ist auch gehört? Ja, diese, als wenn du teleportiert wirst oder sowas. Ja, alter. Vor der Krüppelsound. Boah, ich hab mich voll erschrocken. Dein Ernst? Ja. So, what the fuck? Nein! Nein! So, das kann man auch noch als Sound noch reintun. Hast du noch Holz? Ich kann es auf Level 17 verzaubern, ne? Oh, schön. Hast du noch Holz? Brauchst du Lappes? Äh, ne, da sind schon drei drin. Aber du kannst mir gerne was geben. Ähm. Was habe ich? Holz. Holz. Holz, Holz, Holz. Holz. Äh, ja, da hab ich ein ganzes Deck. Nicht mehr. Alles verbraucht. So, holen wir uns hier mal. Wir brauchen ja nur was für Truhen. Jopp. Und hier, mein Mann. So. Hatte ich auch ganz zu vieles. Wie macht man noch mal eine Schere? Äh, zwei Eisen nebeneinander. Oh, genau. Ja, schön. So ist das Leben. Ich habe jetzt noch ein paar Bäume hingepflanzt. Wir wohnen bald, äh, bald in, bald. Bald im Wald. Komm ich gleich mal raus. Eiche und Irköser. Und, oh, alter, da druckt er mir gleich einen Apfel hinterher. Das ist doch schön. Hier, wir machen mal wieder rein. Laden unseren Apfel. Habe ich dir jetzt auch da reingekommen? Ja. Das ist natürlich nicht der Plan. Leutte mir auch nach unten, die Werkbank. Warte, fuck. Was zur Raffinität. Ich glaube, das ist für deine Rüstung, damit du länger atmen kannst oder sowas. Ja, ist richtig. Stärke 1. Gab es auch schon vor lange. Ich suche gerade Bücher verzaubern. Schusssicher 1. Wow. Bester. Da, machen wir mal so. So. Da, 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 da. Da haben wir erstmal vier drühen. Ich mache das hier gerade ein bisschen umständlich. Gut, dann haben wir jetzt insgesamt sechs. Hier kommt dann noch das rein. Dann können wir hier anfangen schon mit... Schärfe 1,2. Mit Werkzeugen und so. Ich finde, das bringt sie eigentlich bei Büchern nur auf, ähm, höchstens Level 3 verzaubern. Wenn ich das nehmen will. Wie, wie, wir tun das da ein? Seit mal wieder Schilder bauen. Effizienz 1. Alter, geht das ab hier. Schärfe 1, nochmal. Man kann die doch, glaube ich, stacken. Hier haben wir doch noch nicht neues. Ah, Schärfe 3 könnte ich schon mal machen. Holz, wenn wir ihn brauchen. Schutz 1. Schutz 1, Stärke 1. Mit... Ähm, Dingens. Ähm, 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 ähm... Äh... Level 2 verzaubern. Gön. Ich habe jetzt um die 20 Bücher gemacht. YOLO. Ja, man kann immer mal Bücher gebrauchen. Eber. So. Machen wir in der Mitte hier noch so eine Reihe. So. Ja, das können wir eigentlich machen. Das geht natürlich nicht da dran. Geht das nicht? Hm. Da ist ja ein bisschen rum. Ansonsten machen wir hier jetzt noch so. Hier dann doch noch. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal erstmal ganz viele Truhen stehen. Dann sollten wir hier erstmal wieder Schilder anbringen. Tränke... Und... Äh... Tränke... Und... Äh... Bei... Rechts... Links habe ich jetzt reingetan. Was habe ich da überhaupt reingetan? Siehst du das? Glaube ich. Hoffe ich mal. Ja, ja. Hier wollte ich rein zum Werkzeug und so. Aber bevor ich das mache, brauche ich erstmal wieder Schilder. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö mal ein bisschen abwechslung die Lapp ist da rein wir machen wir dann noch bis sie sind so Rüstung und Werkzeuge so wie die am Anspitzen zacken die Sattel und die unnötig so ein Buch auf Level 16 zu verzaubern weil dann kommt eh nur scheiße raus ist so ich glaube schon doch vor Mann was bringt Schuss sicher gegen Bogen glaube ich oder Stärke 1 Worte Fakt nehmen neben les ist der Gliederfüße 1 keine Ahnung Schutz 1 normal brauche ich nicht Schärfe hier kam Rüstung ein Schwert und alles ist die Stärke 1 normal wo ist es Stärke und die Scheren normale Auslastung da freue ich aber Schilder zu machen Schilder Schilder äh nope gerade nicht aber ich habe vier ungefähr Schilder kann ich dir irgendwas verzaubern gerade nicht nein ok das geht auch aber das ist super praktisch aus zwei unterschiedlichen Holz sollten trotzdem Schild zu basteln Schilder hier war drin voll dumm Schärfe 2 plus Schärfe 2 Schärfe 3 rechts machen wir uns hier eine ganz simple Beschriftung Wert 2 ist die nah rechts dann machen wir hier auch schon wieder ein kleines Kätzchen und ich habe es nicht gemacht ich bin ich auf F2 gekommen Hallo Golem wie geht's dir jetzt ist mein Golem-Lied Treppe runtergefallen nein ich wollte kein Twitch Hallo geht's dir gut guck mich auf mein Golem an süß also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder wenn wir dann wieder in Minecraft sind mit mir dabei ist ja dann auch hoffentlich wieder der Kobold oder ja 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 und dann bauen wir hier mal weiter an unserem schönen Burg und nebenan an dem schönen Haus da könnten wir noch ein Dach eigentlich drauf bauen auf deins mhm hey ist doch ein Dach ja ich mein so ein Spitzdach das und noch vieles mehr kommt dann erst in der nächsten Folge ich klau dir mal so ein bisschen mit die XP Punkte so und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin tschau tschau